Fortbildung. Die Lehrerausbildung ist nicht schlecht. Die Lehrerausbildung in Deutschland ist kein Stück unterdurchschnittlich. Nicht im globalen Maßstab, da ist sie brillant, aber im Maßstab der hochtechnologisierten Länder ist unsere Lehrerausbildung vollkommen in Ordnung. Sogar überdurchschnittlich eher. Kostet auch viel und dauert lange und so weiter und so fort. Der pädagogische Teil ist ein bisschen kleiner als sonst, aber auch das ist kein Weinbruch. Das Problem ist, dass es keine Fortbildung gibt. Wir haben kein Fortbildungssystem. Das, was als Fortbildungssystem benannt wird, ist so, irgendwer sagt, er kann etwas, ist selber Lehrkraft und macht einen Workshop für andere Lehrkräfte. Das hört sich jetzt plump an, aber so ähnlich ist es. Wir haben kein systematisches Fortbildungssystem.